ja die leute weiter geht heute mit fifa 23 und der duell mit der rsv zwickau so mit zehn mit fünf punkten gerade mal und wir wollen natürlich die nächste wollen natürlich weitermachen nach oben ich gucke auf die tabelle präsentat für ein sechster gut wir haben natürlich weniger wir hätten den sieg da wir hatten wir 13 punkte haben wir zweiter sie könnten hoch und kann man hoch springen auf zwei die lage bleiben aber ist ja nicht schlimm so ich werde natürlich meine mannschaft bisschen ändern aber meine neue vision geändert habe hier reingebracht für schwarz ausgeliehen mit kaufoption von ajax amsterdam vielleicht schafft es schon also auf geht's los geht's geben wir das match hallo liebe fußball fans schön dass sie dabei sind ich begrüße sie zum heutigen spiel mein name ist wolf fuß und neben mir ist der geschätzte kollege frank buschmann und heute sind wir zu gast bei einem ligaspiel könnte ein riesen spiel werden auch ich glaube das wird interessant heute die beiden im direkten duell es kann nur hochklassigen fußball und da sehen wir mit welchem personal die heimannschaft heute ins spiel geht sie agieren heute ziemlich offensiv würde ich sagen auch wenn sie nominell nur eine spitze aufbieten da kommt einiges aus dem mittelfeld nach auswärts teams zwei stürmer vorne dahinter zwei vierer ketten klassisches 442 würde ich sagen ganz genau mal schauen wie sie damit heute zurechtkommt gut gehen wir rein in die staunstellung heute wo sich jetzt lassen wir in die erste hälfte aber jetzt kann auch nicht mehr reagieren gute aktion jetzt hallo er kann diesen ball halten aber die gefahr ist noch nicht bereinigt das hat durchaus nicht ungefährlich aus gut geklärt immer noch 00 aber da war er fast der erste treffer ein super ding vom keeper ja gut gehalten der spielaufbau vielleicht können sie diesen schwung jetzt auch offensiv nutzen guter pass jetzt und dann ist das jetzt so noch ein tricker und da hat ich habe gar kein zugeruf dem mann bekommen die wiederholung nochmal so ist dieser treffer entstanden er ist der schöne ball und dann wird er das kurze eck richtige entscheidung er kann den keeper überlesen so da hätten wir also das 1 zu 0 mal sehen wie es hier weitergeht naja gut dann laufen wir nur rückstand hinterher schade einmal von dort da gibt es jetzt den einwurf da passt dabei verlust das ist ein ganz ganz böses ding bitte macht da ja viel vorwärts jetzt die chance jetzt jetzt der schutz 2 0 der hausse hat der fünftes wohnung bei heute die abwehr ist zwar da aber trotzdem trifft er hat er sich wirklich gut durchgesetzt 2 0 steht sie hier sie machen einen guten eindruck also zwicker schockt dass der schockt die bayreuther ganz ganz früh vielleicht glanzparade tolle aktion was für ein wahnsinnsreflex ecke kommt den 16er so nämlich kann so ein bisschen gespielt diese befreiungsschlag man wurde eigentlich auch eigentlich gut im griffen drin war es im spiel der schockt ihr habt und die gegner antiki behält alles und klasse angriff aber auch diese abwehr müssen wir da loben und dann kriegst du eine eine mann oder gar nicht jetzt der vorstoß sie bringen den ball in die mitte die kopfballschance aber das ist natürlich schwach timing hat nicht gestimmt ne so vielleicht jetzt mal super pass eulreich die rufe der fans die ahnen hier eine gute chance 2 1 so noch 29 weglaufen das zusammenspiel der beiden stuttgarter talente neuer weiter dazu gekommen ja wir schauen noch mal kurz auf die wiederholung zunächst der gefährliche steilpass und dann sehen wir wie gut das wirklich gemacht ist vor allem wie ruhig das gemacht ist aber ganz ehrlich so jetzt steht es hier 2 2 1 eine enge kiste so auf jeden Fall jetzt war es der erste schritt zur aufregung gestartet ja, super, no more könnte der Ausgleich werden no more gehalten, aber der ball weiter im spiel und der keeper hält es so hat also nicht gereicht in dieser szene ja, gut, da haben wir zwischengangen ziel und alu ja, jetzt hat er ein bisschen da aufgepasst, ja klasse einsatz da kommt der Pfiff Freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine Karte Reichstoß für uns warum auch immer das hätte brenzlig werden können ja, das war eine gute Idee, aber leider nein Sie rücken schön nach, bieten Sie Jan ja, Siegler wieder mit einer guten Defensiv-Aktion Jansen jetzt war aber gut aufgepasst sehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst ja, gut, der ist da so war niemand kann ihn aufhalten, gutes Drehbling das muss es sein nee oder doch, äcker keine gute Parade man ahnt es fast Szene bleibt gefährlich und dann ist der Ball doch drin also, weil wir uns ein geplotzter Knurren machen können ja, keine gute Parade wir schauen uns das noch mal an der Ball bleibt gefährlich und dann ist es nicht mehr zu holen Sterna Marius was? yes das Tor in sechs Partien jetzt ist noch ein bisschen wieder drin in der Saison Doppelschlag heute und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel ja, Tor auf jeden Fall gemacht Doppelpack gemacht Pass so Hartzack Nummer zwei läuft Anpfiff zur zweiten Hälfte ah, schade gut aufgepasst da jetzt mal in der defensiven wir sind der war gut gedacht aber leider die Umsetzung nicht Klasse wie er dahin geht gibt ein Wurf gut gemacht von der 25 wieder fit nach so einer kleinen so eine frühe Auswechslung im letzten Spiel bei Ajax unterschrieben ein echter Wunschspieler wie zu hören war das ist ein Wechsel der in Amsterdam alle begeistert aber wir haben ja einfach den ausgeliebten Jungs richtig Qualität mit keine Interaktion vom Sol das darf nicht passiert die Rieder ist eine nämlich der Mann mit einem D13 jetzt kann er sich als geliebten mit Kopfoption von der Ajax die Bombsspieler waren sie gut und wurde aufgepasst hat zweimal enorm enges Spiel da war nichts Ballbesitz angeht aber ich habe das Gefühl hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen beide machen Druck ja es kann passieren alles und dann ist der Ball wieder die Abwehr gut er lässt weiter laufen klasse durch den Vorteil und jetzt zweimal ausgelagert also es muss jetzt zweimal Geld geben erstmal geht entschieden es gibt die gelbe Karte und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen ich muss jetzt leider verletzt das bedingt wechseln gut 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 allerdings der hätte gepasst aber der Torhüter passt klasse auf zweimal gelb ruhig und zehn Mann ich war mir so sicher dass das ein Tor wird klasse reagiert das ist nicht gut so langsam wird es gefährlich es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung ja ich muss das wechseln zweimal wechseln so ein bisschen die Ruhe mal wieder rein kriegen im Spiel jetzt die Ecke den Kopfball hat er klasse gemacht gar nicht einfach denn der war wirklich gut wir sehen den Wechsel das ist Wahnsinn er kann hier kurz vor der Linie klären eine super Aktion das hat er richtig gut gemacht vorne jetzt die Balle oben die geht aber richtig drauf gerade der Ball wird abgelaufen da ist Platz für den Konter Konterchance sah vielversprechend aus aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit Ballverlust super schöne Aktion weiß nicht so da er sucht die entscheidende Lücke zwei Mann bleibt dran bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejuden Ecke in die Mitte sie bekommen den Ball nicht weg die Gefahr erstmal bereinigt ja George macht das Ding unnötig heiß Patrick Göbel König jetzt der Stahlpass Klasse Klasse ohhhh keine große Mühe so einfach dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen 10 Minuten noch auf der Uhr meine Fresse das muss doch nicht sein immer die nach die hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer das nachgetrete gibt mir auch gesagt und jetzt ist die Gefahr bereinigt sie können nicht das kann aber sein Verteidiger da ausspielen super leben die aus zweimal dreimal Zug in die Mitte ja gut gemacht bei diesem Block könnte die Führung werden ja guter Einsatz er hat den Ball Ulrich jetzt kommt die Flanke rein da der Kopfball landet neben dem Tor sie wechseln also aus gefürcht das wird's die letzte reguläre Spielminute läuft da muss doch laufen in der Liga beim Remis Punkte Teilung ein unverhaltsames Spiel ist zu Ende zwei richtig gute Mannschaften ich glaube heute muss keiner unzufrieden sein das hat Spaß gemacht da sieht man dass auch ein Remis gut unterhalten kann drei der letzten vier Spieler nicht gewonnen aber drei auch wieder ungeschlagen muss man auch mal wieder so sehen zwei frühe Tore und dann kann man nicht mehr rein das Spiel so rein das Interview danke dass sie für ein kurzes Statement hier sind so kurz nach dem Spiel fünf Tage ab wir kriegen momentan zu viele Gegentore ich danke ihnen für das Gespräch ach gut so dann geht's weiter in der nächsten Folge wieder mit dem nächsten Spiel bis dahin tschüss